Preisexplosionen bei den Edelmetallen wie zum Beispiel Silber folgt jetzt die große Kursrallye? Nun, kräftig steigende Staatsschulden, beispielsweise Stützungsmaßnahmen der Notenbanken und Regierungen sowie natürlich die zunehmenden Sorgen vor hoher Inflation sind zweifelsohne gute Argumente für Edelmetalle wie Gold und auch Silber. Doch Anleger sollten auch die Perspektiven von Silber nicht unterstützen, deren goldene Zeiten erst noch richtig durchaus beginnen können. Daher wollen wir uns in diesem Video einmal mit diesem Metall hinsichtlich eines Investments und den damit verbundenen Kurssprüngen der letzten Wochen und Jahre mal beschäftigen und am Ende auch einen kleinen Ausblick wagen, ob sich unserer Einschätzung nach ein Einstieg lohnt. Und damit ein ganz ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Klaus Hoppel. Silber kann durchaus ein frustrierendes Investment sein. Ja, das Metall wird von vielen Investoren oftmals vermieden, ist nicht mehr Teil der Zentralbankreserven und von der vermeintlich sehr positiven fundamentalen Angebots- und Nachfragesituation scheinbar entkoppelt. Zudem kann Silber auch ziemlich starken Wertschwankungen ausgesetzt sein. Immer mal wieder schießt der Silberpreis nach oben, wenn Kleinanleger und institutionelle Anleger das Metall plötzlich über Nacht für sich entdecken. Ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren deutet jedoch darauf hin, dass sich diese Zeiten ändern könnten, sodass ich davon ausgehe, dass Silber zum nächsten Sprung ansetzt. Vor 40 oder gar knapp 10 Jahren erreichte der Silberpreis mit fast 50 US-Dollar seine bisherigen Hochs und der nächste Anlauf könnte entsprechend im Sommer 2020 gestartet sein. Denn zum einen bleibt das Innenmetall als geldwertes, werterhaltenes Anlagevehikel gefragt, da inflationäre Tendenzen durch die enorme Liquiditätszufuhr der Notenbanken wohl vorgegeben sind. Und zum anderen treibt eine konjunkturelle Erholung auch durch fiskalische Anreize ausgelöst die industrielle Nachfrage natürlich auch an. Jüngst kam zudem noch die Spekulation hunderttausender Kleinanleger dazu, die am 28. Januar diesen Jahres einen Aufruf zum Silberkauf in den sozialen Netzwerken auslösten, infolge der Preis des Innenmetalls regelrecht in die Höhe schoss. Münzen und Barrenhändler in den USA waren sogar über das Wochenende ausverkauft und die Zuflüsse in physisch hintergelegte Silber-ETCs erreichten Rekordzahlen. Die bekannten Bestände explodierten von 905 Millionen Unzen am 28. Januar auf 1,02 Milliarden Unzen am 2. Februar. Also insgesamt 20% Kursgewinn innerhalb von nur wenigen Tagen waren die Ausbeute dieser Spekulanten. Hintergrund des Ganzen war die Tatsache, dass Großinvestoren auf einen fallenden Silberpreis gesetzt hatten und wenn der Preis eben steigt, müssen diese sich entdecken, um nicht als große Verlierer dazustehen. Historisch gesehen bleibt da aber noch Platz nach oben. Denn bei 50 US-Dollar liegen die bereits eingangs erwähnt die erreichten Höchstwerte. Nichtsdestotrotz sind solche populistischen Bewegungen an den Kapitalmärkten ein temporärer, aber wichtiger Faktor mit erheblichen Auswirkungen eben halt auf die Währungsmetalle. Denn sie können als Zuflurtsort geschätzt aber für das Wetten gegen das System genutzt werden. Silber ist seit jeher das solide Geld des Volkes, quasi ein Zahlungsmittel ohne Zahlungsrisiko. Ja, Silber könnte daher auch durchaus als Vorläufer von Kryptowährung bezeichnet werden. Mehr noch als Gold, das historisch betrachtet eher als Sicherheit, denn als Zahlungsmittel gehalten wird. Dennoch ist das Potenzial für einen solch populistisch getriebenen Silbersqueeze besonders relevant, weil es nur ein begrenztes physisches Silberangebot nun mal gibt. Demnach liegen in den Tresoren aller vom Börsendienst Bloomberg erfassten ETCs nach unseren Recherchen mittlerweile etwas mehr als 1000 Millionen Unzen oder 130 Prozent der jährlichen Minenproduktion. Zum Vergleich dazu waren es 2006 gerade einmal nur 124 Millionen Unzen. Dementsprechend ließ sich über den Kauf der Silber-ETCs der physische Silbermarkt einengen und der Preis stark nach oben treiben. Schließlich muss der Anbieter ja für jeden neuen Anteil physisches Silber kaufen und es sicher und ausreichend versichert Interessoranlagen dann auch bunkern. Sollte Silber also beispielsweise die Marke von 30 US-Dollar pro Unze überschreiben und auch der Goldpreis vielleicht wieder über 2000 US-Dollar steigen, muss man berechtigterweise die Frage dann auch stellen, wo dieses Silber herkommen soll. Denn selbst wenn sich die Förderbedingungen im Nachgang der anhaltenden Krise in diesem Jahr wieder normalisieren sollten, würden nur 800 Millionen Unzen an neuem Silber auf den Markt kommen und mindestens 600 Millionen davon würden an die Industrie gehen. Denn anders als Gold ist Silber wesentlich stärker natürlich in den Wirtschaftskreislauf eingebunden. Denn es ist vergleichsweise weich und daher gut formbar, bietet zudem die höchste elektrische Leitfähigkeit aller Elemente und es ist zudem in der Automobilbranche auch gebrachter denn je. Soweit weltweit werden batterieelektronische Leistungen von Regierung massiv auch gefördert im Zuge des autonomen Autofahrens zunehmend an Bedeutung gewinnen. Was nicht nur die Komplexität bei der Autoproduktion erhöht, sondern auch eine größere Silbernachfrage natürlich nach sich zieht. Setzt sich die wirtschaftliche Erholung langsam fort, könnte die Silbernachfrage aus der Automobilindustrie in diesem Jahr auf rund sogar 61 Millionen Unzen steigen. Und bis 2025 wird aus dieser Branche mit einem Anstieg von mehr als 40 Prozent gerechnet. Silber wird somit von vielen Seiten unterstützt und sollte daher langfristig auch von einer stärkeren Investmentfrage durchaus profitieren können. Voraussetzung ist allerdings, dass die Konjunktur wieder so richtig an Fahrt gewinnt und keine lang anhaltende Talfahrt mehr folgt. Andernfalls würde die höhere Abhängigkeit vom Wirtschaftskreislauf tatsächlich ein Problem werden können. Für Investoren ist bei der Analyse des Silberpreises in den letzten Jahren aber vor allem eine Kennzahl in den Fokus gerückt und zwar die sogenannte Gold-Silber-Ratio. Nun, was bezeichnet in das Verhältnis zwischen dem Gold- und dem Silberpreis. Eine Unze Gold geteilt durch den aktuellen Preis für eine Unze Silber ergibt das jeweils aktuelle Ratio. Und dieser Wert elektrisiert Marktbeobachter rund um den Globus. So lag die vielbeachtete Gold-Silber-Ratio am vergangenen Dienstag bei knapp 66. Anleger müssen damit rund 66 Unzen Silber eben für eine Unze Gold bezahlen. Im langfristigen Vergleich ist Silber also weiterhin günstig gegenüber Gold. Der Durchschnitt des Gold-Silber-Ratios liegt demzufolge knapp oberhalb von 60. Alles in allem sehen wir Silber als Beimischung für den Vermögensschutz, sowohl in physischer Form als auch mittels ETCs langfristig als sehr gute und günstige Chance, um in turbulenten Zeiten dem auch entgegen zu wirken. Übrigens, auch in unserem neuen Buch Die große Wohlstandslüge, wie man den Krisenzeiten Vermögen aufbauen schützt, haben wir die beiden Edermetalle Gold und Silber mal einem eigenen Kapitel gewidmet. Den Link zum eingeblendeten Buch finden Sie übrigens hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Ja, und wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns hinsichtlich auch über den Fortgang der finanziellen Bildung über einen Daumen nach oben. Teilen Sie dieses Video auch vielleicht mit Freunden und Bekannten, die an den Herzen liegen, denn je mehr Menschen wir erreichen, um entsprechend auch für den Wohlstand uns besser zu positionieren und da gehört Geld dazu, da gehört Vermögensaufbau und Vermögensschutz dazu und wir mehr Hintergrundwissen zu diesen Themen haben, umso besser letztendlich auch für den Wohlstand, wo wir uns alle für engagieren müssen. Und da ist jeder da draußen gefordert und gefragt. In dem Sinne, alles, alles Gute, Ihr Klaus Röckmann.